Hossa Internet, geht es Mikrotransaktionen und In-App-Käufen in Deutschland in Zukunft an den Kragen? Das könnte zumindest jetzt sein, denn Bayern hat einen neuen Gesetzesentwurf veröffentlicht für härtere Auflagen für In-App-Käufe. Ist wie gesagt momentan nur ein Gesetzesentwurf. Diese neuen Jugendschutzrichtlinien sollen aber ein Verbot für, Zitat, an minderjährige gerichtete Kaufanreize in Spielen beinhalten. Das zielt also ab auf In-App-Käufe, auf In-App-Werbeanzeigen, mit denen der Spieler interagieren soll, um dann im Spiel Vorteile zu kriegen und zum Dritten auf Funktionen, die dazu gedacht sind, dass man den Account des Spiels mit einem Account auf einer anderen Plattform, also irgendwelchen Social-Media-Profilen, verknüpft. Diese ganzen Maßnahmen sind natürlich dafür gedacht, um Minderjährige vor solchen unlauteren Geschäftspraktiken zu schützen. Das Ganze könnte aber auch Spiele betreffen, die überwiegend von Erwachsenen gespielt werden, wenn sie auch theoretisch für Minderjährige zugänglich gemacht werden. Das Ganze soll dann, wenn es verabschiedet wird, ein Teil des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags werden. Stand jetzt wurde über diesen Gesetzesentwurf aber noch nicht abgestimmt. Anthem bekommt mit Update 1.1.1 diverse neue Bugfixes. Ansonsten sieht's in der Anthem-Community aber momentan ungefähr so aus. Denn dieses Update entfernt auch die Elysischen Laden aus dem Spiel. Das sind spezielle kosmetische Beutetruhen und darüber haben sich die Spieler eigentlich gefreut, weil sie mal neue Inhalte in Anthem hatten. Jetzt nimmt man ihnen diese Inhalte aber wieder weg. Zur Fairness muss man sagen, dass BioWare schon im Vorfeld angekündigt hatte, dass diese Elysischen Laden nur eine Zeit lang im Spiel sein werden. Das Ganze also nur ein temporärer Event ist. Die Spieler hätten's eigentlich kommen, sehen können. Aber natürlich muss man auch sagen, Anthem ist jetzt kein Spiel, das vor Inhalten nur so strotzt. Und gerade eben hat ja BioWare auch die Roadmap mit zukünftigen Inhalten auf unbestimmte Zeit weg verschoben. Zudem wandern auch intern diverse Schlüsselfiguren am Anthem-Projekt auf andere Projekte ab. Nämlich an Dragon Age 4 wird jetzt bei BioWare extrem gearbeitet. Und auch im aktuellen EA-Quartalsbericht kommt Anthem nicht gut weg. Da heißt es nämlich, dass Anthem schlechter als erwartet abgeschnitten hat. Wir bleiben bei EA, denn die haben in ihrem aktuellen Quartalsbericht auch angekündigt, dass nach der Xbox One und dem PC jetzt auch endlich die PlayStation 4 den Abo-Service EA Access bekommt. Funktioniert auch auf der PlayStation 4 genau wie auf den anderen beiden Plattformen. Das heißt, man bekommt damit verfrühten Zugang zu neuen EA-Releases, außerdem Zugang zu einer großen EA-Spielebibliothek, die man sich dann nach Lust und Laune runterladen und spielen kann. Und außerdem auch diverse Rabatte beim Einkauf von EA-DLCs. Monatlich kostet dieser Service 3,99 Euro im Jahr 24,99 Euro. Und noch eine EA-Meldung aus dem Quartalsbericht, nämlich, dass man den Erfolg von Apex Legends fortsetzen will und deshalb jetzt plant, das Spiel auf weitere Plattformen auszuräumen. Konkrete Plattformen wurden da noch nicht genannt, natürlich geht es aber jetzt in Richtung Mobile und das würde neben Smartphones auch die Nintendo Switch bedeuten. Wie gesagt, genaue Details wann und wo, das hat EA noch nicht gesagt. Trotzdem ist man sehr stolz auf den Erfolg, den man mit Apex Legends feiert. Stand jetzt hat das Spiel über 50 Millionen Spieler und gilt damit als das am schnellsten wachsende Spiel der EA-Geschichte und das, obwohl aktuell die Twitch-Zahlen, was die Zuschauerschaft von Apex Legends angeht, eher auf dem absteigenden Ast sind. Mojang und Microsoft verschenken Minecraft Classic. Das berichten die Entwickler jetzt auf der offiziellen Website und das funktioniert denkbar einfach, denn ihr klickt einfach nur auf der offiziellen Website auf einen Link, dann öffnet sich ein Browser-Tab und dann ist direkt im Browser-Tab Minecraft Classic, also die Urversion des Spiels, sofort spielbar und zwar entweder alleine oder mit bis zu neun Freunden und das funktioniert auch denkbar einfach. Ihr schickt denen dann einfach einen Link und dann können die im Browser ihr Spiel starten und sind sofort in eurer Spielwelt. Das Ganze ist natürlich Teil der großen Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum von Minecraft und das findet am 17. Mai mit einem großen Event statt. Die QuakeCon kommt zum ersten Mal auch nach Europa. Das hat Bethesda jetzt angekündigt und das funktioniert so, dass dieses Jahr zeitgleich zum Event in Dallas, Texas auch ein Event in Europa in London stattfindet und zwar am 26. und 27. Juli. Das Besondere für Europäer ist, dass es das erste Mal die Gelegenheit ist, Doom Eternal außerhalb der USA anspielen zu können. Abgesehen von Doom Eternal soll es außerdem Rage 2, Wolfenstein Youngblood, Wolfenstein VR und viele weitere Spiele dort geben. Der große Unterschied zum Event in Dallas ist, es gibt zwar auch in Europa dann diverse Panels, wo auch Entwickler vor Ort sind, es wird aber nicht diese Bring-Your-Own-Computer-LAN-Area geben, das heißt die klassische LAN-Party, die findet dieses Jahr nur in Dallas, Texas statt. Mehr Infos dazu und Tickets gibt es auf der offiziellen Website. Das war's für heute mit den News. Ihr merkt, wir bauen an den News ein bisschen rum. Wenn ihr nichts davon verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen!